So, es ist nun mal wieder soweit. Es heißt wieder Happy Wheels, Blut, Gemetzel und Geschrei. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. So, ich würde sagen, machen wir einfach doch hier mit My Shotgun weiter. Nehmen wir mal den alten Sack. Oh, okay. Ich weiß jetzt. Okay, das soll jetzt einfach nur so gewesen sein. Komisches Level. Cannontown. Was bringt uns das? Okay. Sieht mal wieder ganz interessant aus. Jawohl. Superman. Und er verliert den Kopf. Und nicht nur den Kopf, sondern auch den Verstand. Und wird aufgespießt. Oh. Alter Schwede. Okay. Ich habe hier noch. Oh. Runner. Human will run. Oha. Krass. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich kann es noch überleben. Oh, die Fette. Oh, die Fette. Guck. Alter. Okay. Das ist asozial. Aber ich will mal ein bisschen weiterkommen. Den. Den halt fest. Hat sich spontan ein. Ah. Nicht mich. Wieso nimmst du nicht den Pedder da? Boah. Halt dich an mir fest. Wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Ah, scheiße. Schon wieder zerfetzt, ey. Und zerrissen. Krass. Komm, geh weg. Nein. Ja. Haha, ich halte mich an der Fetten fest. So. Nein. Nein. Oh, Mann. Victory. Trotzdem geschafft. Das war die Scheiße. Okay, ich nehme es nur so an. Halbtot zerfetzt und trotzdem noch geschafft. Okay. Gabba's Extreme. So, und nehmen wir mal hier den Penner auf dem Fahrrad. Und seinen behinderten Sohn wieder. So. Ich muss wahrscheinlich. Mich abwerfen oder so. Oder denn. Scheiße. Und ich war... Ja. Geil. Komm schon. Ja, und jetzt? Ah, so. Wir sind schon mal im Arsch. Zum Glück hat meiner einen Helm auf. Wofür hat meiner einen Helm auf? Gott. Wenn er den nicht mal richtig fest macht. Ja. Das... Das... Not... Gut. Alter, was hat er denn jetzt? Hat der Kleine so gestehen? Dammit! Boah. Ah, das ist einfach mal scheiße. Das ist schon wieder verrutscht. Schneide ich raus. Rauch ich. So. Geh mir mal hier rein. Ach, ja. Okay. Das kenn ich, glaub ich. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist wieder sehr bekannt. Da kann ich gleich zu sagen. Da wird nicht mehr viel passieren. Außer... Kann man beenden. Muss man nicht spielen. Homemade Managing 2. Gut. Mist. Falsche Taste. Was war das? Please. Play with me. I only want... Schatz. Alter, was... Was für ein krankes Level, ey. Okay. Gorillas Revolution. Wir haben... Die Typen mal hier. Na komm. Das will wohl nicht. Jetzt hat er grad ganz... Naja. Backyard Wrestling. Oh... Alter, was der... Alter für... Alter für den Kraft hat. Und jetzt... Basti... Alter. Alter Schwede. Nochmal. Was der Penner alles drauf hat. Und jetzt... BAM! Jumme. Dem habe ich mal... Und der... Und der Fette da hinten... Der schmeißt sich einfach in den Meer. Ja! Krass. Okay, noch einmal. Noch einmal, weil es so lustig war. Komm her. Ah. Alter. Alter. Okay. Ich sag sehr oft Alter, ne. Kann das sein? Ja, ja, ja. Big Forest oder... Downhill. Erstmal Downhill. Zuerst. So. Komm. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, war das schlecht. So, jetzt aber, Jünger. Oh. Ich hab den Kopf kurz noch mitgenommen. Oh. Oh. Scheiße. Spagat. Auch das nützt nix an Performance. Ihr würdet nur nach dem Überleben. Nicht anders. So. Komm. Komm. Nein. Nein. Alter, was ist denn mit dem passiert? Alter. Was war das? Da passiert wohl nix mehr. Exit to menu. Chains of Massacre. Hab ich schon gespielt. All die mal getestet. War jetzt nicht wirklich so berühmt. So, so. Mal schau. Mal schau. Alter, wie soll man das denn schaffen? Kann der nicht schon vorbeifahren? Mount Mayhem. Und jetzt Press Z. Ja, halt dich schön fest. Deutsche, passt. Superman! Boah, ist der stark. Strong Man. Nein. Nein! Nein! Die menschliche Raub. Alter, du sollst nicht abwärts klettern, du sollst aufwärts klettern. Aber gut, bringt auch nichts. Nochmal. Press Z. Und vor allem so geil, der Typ ist fast größer als der ganze Bus. Und jetzt, wie komme ich jetzt hier dran? Naja. Nein. Nein. Bitte, das ist... Ja. 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 Bitte, 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 nein. Alter. Das ist ein Lebel. Das ist ein Lebel. The Ghost Train. Jooooooo No 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 Ah, Handfeil Jaaaa, ich hab's noch geschafft Nein, nein Au, ok, meine brauche ich nicht mehr Ok, krasser Scheiß. Den Kopf vom alten Sack hab' ich. Jaaaaaaah. Nichts toll, alles nichts, wir schaffen das. Doch nicht mehr. Alter, gedäme Fetzen hier rum. Blut ja schmiert. Und... Kranker Scheiß. Also was soll ich manche Leute einfallen lassen? Das ist schon echt heavy hier. Soooo, ok. Ich denke, das wär's dann mal wieder. Ähm... Die nächste Folge wird umfassen die nächste Seite. Und das geht dann immer so weiter. Und ja... Ich kann das auch mal so machen. Ich kann ja auch mal nach Suchbegriffen, wie zum Beispiel wenn ich jetzt eingebe bei Search. Gebe ich dann ein. Knife. Da kommen dann zum Beispiel so äh... Schwertwurf Level raus. Da kann ich dann ähm... So Level mal die ganze Zeit nur durchspielen. Oder ich geb dann anderen Begriff ein. Und ja, dann kann ich das mal so spielen. Oder ich mach jetzt einfach so weiter. So... Ihr könnt's... Ihr könnt das ja auch noch irgendwie da hinschreiben. Wie ihr das haben wollt. Das kann ich ja doch noch machen. Ja... Und... Wie gesagt... Ich verabschiede mich. Und sage... Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020